Frau Lachmann, Sie duschen auf dem Oberdeck. Ja und? Nackt. Sogar voll die Möps mit deiner Mutter gesehen, ey. Uuuuhh. Hint da her, Mann! Los! Lola, das ist Kurt. Kurt, das ist Lola. Freut mich sehr. Der ist doch ganz nett. Das ist ein Schleimer. Papa war lustiger. Papa ist nicht mehr da. Und wenn er wiederkommt. Wir haben einen neuen Mitschüler. Wo ist denn noch ein Platz? Bei Lola. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Wir dürfen nicht hier sein. Hey, legal. Ja, und bist asozial. Solltest du lieber mal diesen komischen Schnurrwack abschneiden. Könnt ihr besser knutschen. Aber was fällt hier eigentlich ein? Du hast keine Ahnung. Wir sind Freunde, Revin und ich. Freundschaft ist gut, aber gefährlich. Lächeln. Voll des Liebes, falls des Monats, ey. Geht das her? Ich kriege immer nur Probleme wegen dir. Ich habe alles verkehrt gemacht. Mach dir nicht so viele Sorgen. Alles wird gut. Das sagt die Erwachsene doch immer. Komm, steig ein. Das ist ein Geheimnis. Ich schwöre, dass ich nicht verraten werde. Kein Wort. Prinzessin Lola von der Arbser. Ich zeige sie an. Immer noch die gleiche alte Pätze. Setzen. Sechs. Wie schreibt man illegal? Keine Ahnung, Mann. Aber es kommt irgendwie voll verboten. Das war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017